Gebeine deiter Mut, Maria macht ihr innerstes der Seele, durch Dank und Rübenkult, sie feindet bei sich an, des Heilands Wunder zu erzählen, was er an ihr als seine Macht getan. O menschliches Geschlecht des Satans und der Sündenknecht, du bist befreit durch christlich tröstendes Erscheinen von dieser Lust und Dienstbarkeit. Jedoch dein Mut und dein verstacht Gemüter verschweigt, verleugnet solcher Güter, doch wisse, dass dich nach der Schrift ein allzu schuldes Erteil trägt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!